Mein Name ist Angela Rossl, ich bin professionelle Violinistin, habe meine Ausbildung am Mozarteum erhalten und bin als Kammermusikerin tätig. Die Germania 10-Violine aus der Gebermeisterwerkstatt ist ein von Hand ausgearbeitetes Instrument. Zarge und Boden werden aus ausgesuchten europäischen Bergahorn gefertigt. Die feinjährige Decke besteht aus ausgesuchten Fichtenholz. Die Germania 10 besticht durch ihr einzigartiges Klangspektrum. Der von Hand aufgetragene Spirituslack auf Naturharzbasis in Verbindung mit der sorgfältigen Ausarbeitung gibt dem Instrument ein optimales Schwingungsverhalten. Die Germania 10 mit Lasenseiten, Tellersteg, Wittner-Seitenhalter und Wittner-Anhängeseite machen das Instrument zu einer perfekt ausgestatteten Violine. Die Germania 10-Violine gibt es in vier verschiedenen Farbvarianten, von hell bis dunkel und in der Größe vier Viertel. Am besten eignet sich die Germania-Violine für geübte Musikschüler, Musikstudenten und Hobbymusiker. Am besten! Am besten! Am besten! Untertitelung. BR 2018